Stopp! Seid ihr total verrückt? Ich will das alles gar nicht! Das ist doch nicht passiert! Was ist denn das eigentlich für eine bescheuerte Geschichte? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Wer führt hier eigentlich Regie? Das ist ja wohl das Dämlichste, was ich je gesehen habe. Wie soll die mich in den Garten bekommen? Die kleine Pussy. Die kleine was? Die kleine was, bitte schön? Muss ich mir das anhören? Kann man die Geschichte nicht ändern? Ich will nicht, dass der mich haut. So kann mein Film nicht zu Ende gehen. Also ich fand das Ende auch eher suboptimal, muss ich zugeben. Ich will jetzt sofort, aber sofort ein Happy End. Wie bei Pretty Woman oder Dirty Dancing. Oder von mir aus Dirty Dancing 2. Aber jetzt verdammt sofort!